Ich bin halt am überlegen, ob wir dich noch mal ne neue Session anfangen. Uff, also noch mal ne... Du bist ein Bastard, ey. Nee. Nee. Also du weißt aber ne neue Insel? Ja. Okay, dann mach ich noch mal. Ich kick dich mal hier von der Insel. Hallo hier wieder bei... Jetzt ist die Strecke zu Ende. Äh, doch, nee, jetzt geht's los. Ich bin's wieder hier, der BenniLP bei Online-Zocken zu Trackmania United Forever. Und ich dachte, der Micha kommt, aber dafür ist Darth Vader dabei. Luke, ich bin dein Vater. Ja. Ja. Mit meiner Macht werde ich euch damit verleiden, uns zu abonnieren. Also geil, geil. Wie unser Lehrer immer sagt, eine ganz geile Erkenntnis. Ganz geil. Der kam letztens mit so'n Auto an. Mit übelst die laute Musik kam er an, hier. Übelst der alte Opa ist das. Aha. Kam er mit der Mocke an, hier. Was haben wir denn hier für eine Mocke? Bis jetzt noch unerkannt. Oh, jetzt hier. Million Miles from Home. Sagt mir nichts im Moment? Sagt dir das was? Oh, ich bin mega schlecht in dem Game. Oh nein, er ist abgehauen. Bist du wieder da? Okay, jetzt hören wir noch ein bisschen Skype-Mucke im Hintergrund. Das finde ich sehr geil. Das ist aber. Ja, ne, ich weiß nicht. Das kommt doch von irgendwas her. Ach, ich hab Koks. Nein, ich bin fast tot. Ich hab Koks. Echt? Ja. Du verarschst mich jetzt. Nein! Ich hab deine Sachen. Ach, das scheiß Xycorium ist wieder liegen geblieben. Alles anders wahrscheinlich. Wie, du hast Diamanten gefunden? Sind es Diamanten? Nee, das sind keine Diamanten. Ja, ich hab Diamanten. Nein! Diamanten in meinem Nimmchen. Scheiße, Creeper. Creeper gehört, ja. Weil hier gibt's auch eindeutig viel mehr Möglichkeiten, da du auch viel mehr Rezepte hast. Was macht denn der jetzt hier? Weiß ich nicht. Nein! Nee, ne? Das ist nicht dein Ernst. Doch, scheiße. Ich hab den Opfer Minimap. In der Labe aber. Das ist scheiße. Ich hab mal was er hier macht. Und Peckert. Peckert. Oh. Paul. Reingedrängt hat er mich hier. Kollege. Der Bundy. Ja, Fehlpass. Völliger Fehlpass. Ich schau mal auf. Sehr offensiv, wenn das noch geht. Ja. Oh. Nein! Was macht der denn? Oh. Hieb doch den Ball auf. Alter. Was hieb der denn? Ball nicht auf. Hier, zieht euch das an. Da. Hier. Danke. Hallo. Hallo. Ja, Fick dich. Ich hab's verstanden. Ist mir hinzugefallen. Ja. Erster. In ein China ein Erster geworden. Das sollen wir jetzt mal danach machen. Und es ist hat El Gato abgebrochen. Alles. Ist mir scheißegal. Tschüss. Ich versuch, ihn hier rein zu platzieren. Pass mal auf jetzt. Jawoll. Schöner Schuss, Junge. Ich bin bei FIFA auch gut bei Freistößen. Aber hier ist das noch geiler. Was haben wir denn wieder für Mucke? Ich muss mal kurz wieder bei El Gatos Zeug anmachen. So ein Scheiß, du. Ohne Ton. Ohne Ton. Mann, das ist doch super. Die Soundtracks hier gerade mit den Säcken. Äh, Double Sack. Ja, mach mach mach. Nein. Die Animation ist so geil. Nein, du Loser. Nein, du Loser. Das war doch der gleiche Fehler wie gegeben. Ich bin jetzt nicht mehr oben, sondern bin jetzt schon wieder in einer Mine. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich kriege 50 Euro von dir, Nico. Dann bedanke ich mich erst mal fürs. Was ist denn das? Opa, Wendor. Ich weiß, dass du hier gerade ein Erzpenis gebaut hast. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass du es warst. Ja, was wollen wir dazu sagen? Natürlich war das noch ein kleiner Spaß von denen, glaube ich. Stock habe ich. Ach, das ist doch scheiße. Also, ja eh, das ist ein bisschen... Lustig. Ja, ja eh, ja. Ja, ja, ja. Das ist der End-Zieb 4 zu 1 für Real Baruch. Das ist Ende aus. Das Spiel. So, ich bedanke mich bei den Mitspielern hier. Ich weiß es nicht, wie heißt. Oh, es ist noch nicht das aus. Oh, was jubelt der. Das war nur freisdurch. Ich dachte schon, das wäre saus. Da dachte ich es wäre aus. Oh, ja. Oh. Nein. Na, kackt. Ich habe vier Punkte bekommen. Ja. So, ich wollte sagen, du machst jetzt die Aufgabe zu Ende. Okay. Okay. Dann machen wir weiter. Ja. Wir machen weiter bis zur, äh, bis zum End-Zieb. Iiii. 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 Hab ich nicht hingekriegt. Ah, schade. Und hier seht ihr mal wieder, woran ich wieder nur denke. An einen Pimmel, äh, an einen pinken, äh. Haha, das sieht echt so. Oh mein Gott, was soll denn das? Oh mein Gott. Was macht der denn da der kleinen... Opa meins. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein fucking Godness, ey. Oh man. Oh man. Das wird doch nichts. Hier das... Du hast da unten einen halben Meter Platz. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Da kollabiert. Da mal rumschreiten. Keine Ahnung. Nein. Oh. 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 Entschuldigung. Entschuldigung, falls ich hier gerade leicht übersteuere. Aber, ey. Das Spiel bringt mich nicht auf, ey. Das ist so geil. Ich feiere das Spiel so richtig hammerhart, Junge. Oh yo, Boys. Und Girls. Oh yeah. Ich feiere das Spiel richtig hart, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich baue hier schon wieder wendliche Genitalien. Oh man. Ich krieg mich nicht mehr an. Oh nein. So nicht anders, mein Freund. Oh man. Und dann bin ich auch schon wieder. Oh. Verdammte Scheiße. Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott, ey. Ich krieg mich nicht mehr. Oh man. Und jetzt die Krönung mit dieser Scheißstimme geht es weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hahaha. 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 Oh mein Gott, ey. Wie geil, Alter. Hahaha. Und durch diese, durch die piepste Stimme ist es kein Stück Nerven. Tönt. Kein Stückchen. Ähm. Ähm. Und da bin ich auch schon wieder tot. Und ich mach jetzt mal den Hamster wieder aus. Da war die deutsche Mauer irgendwie. Die deutsche Mauer. Die deutsche. Und ähm. Ja. Da hab ich auch schon mal wieder den Hamster ausgeschaltet. Und dann gibt's denn die nächste Runde. Sieben Punkte fehlen noch bis zum Endsieb. Oh. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Los, 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 los. In your face, bitch. Oh. Oh. Oh nein. Er hat mich gemölzt. Hahaha. Hahaha. Nein. 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 Ich bin an einer Scheißspur gestorben. Ich fasse es nicht. Nein. Ich bin an dieser Zeit. War.